Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zivilisation mit Sparta und wie hieß die noch mal? Gorko, genau mit Gorko. Hoffentlich nimmt jetzt OBS alles auf, auf einmal nicht wieder so sich einfach verabschieden und wir gehen direkt weiter nächste Runde und schauen wir mal was die Zukunft denn so bringen wird. Hoffentlich genug, weil es passiert nichts, ich muss noch eine nächste Runde, weil ich warte, meine Freunde, ich warte und warte und dann sagen wir gleich die hängenden Gärten, das ist mal was, aber sonst passiert nicht viel. Das ist so schlimm, in diesem Start. ...seiten Wasserpumpen sind, mit denen Personen, die speziell zu diesem Zweck eingesetzt wurden, ständig Wasser aus dem Euphrat in den Garten laufen ließen. Nice, die hängen in den Gärten. Also das ist mir keine Gegner und so haben, haben wir auch Frieden und das ist eigentlich eher kontaktiv zu dem, was ich tun wollte, ne? ...wollte ja eigentlich ein bisschen kriegerischer sein, aber gut, ne? ... kann man jetzt auch nichts mehr machen. ... die Bibliothek ... warte mal kurz. ... wir haben hier ... ... wir haben hier nicht, äh ... ... okay, da haben wir ne Bibliothek, also brauchen wir den gar nicht, deswegen passen wir bei dem. ... genau. ... Hi Freund! ... was zum Fick? ... okay, warum ist es so schwarz? ... OBS, reiß dich zusammen, ne? ... das ist Alexander von Makedonien, ne? ... äh ... Gastfreundschaft ... ... warum? ... mich jetzt gerade ... ... ich hab doch vorhin geschaut. ... das klingt ... das immer, wenn ich aufnehme. ... so ein Fick ... ... ich verstehe es nicht, liebe Freunde. ... es tut mir leid, ne? OBS ist gerade ein bisschen ... ... auch rumspannen. ... schlimm, schlimm. ... ich hab ne Idee, was das sein könnte. ... deswegen ... ... kurz Unterbruch ... ... bis ... ... ich hab schon Cut, ich versuche mal was, vielleicht geht es dann besser. ... so ... ... suchen wir jetzt noch mal, ich hab jetzt ... ... äh ... ... schauen wir mal, ob es jetzt besser geht. ... so ... ... ja, jetzt sieht man ihn. ... das ist übrigens Alexander, den haben wir ja heute schon gesehen. ... he 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 ... ... okay. ... hoffentlich geht es jetzt besser. ... das war ... ... Beta, ne? ... ich kann ja ein Hoplid. ... ich kann ja auch aufbessern, größer machen, stärker machen hier. ... ne, das ... ... das sind ja genau ... ... Hoplid ... ... genau, mach mal ein Hoplid, weil wir es können. ... sind ja stark. ... deswegen ... ... ladet's nicht. ... ... und schon wieder nächste Runde. ... und wir können gleich ... ... ach ... 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 wir machen ja ich versuche es ja jetzt ein bisschen wirklich offensiv zu spielen das heißt in geschehen danke es geht wirklich ich hatte jetzt kurz angst dass es eben nicht geht spiel kann eigentlich auch direkt da auf wasser und verbreitet und wir werden uns viel weiter ausbreiten wie uns mit so keiner sich ausgeprägt ausgebreitet hat haben wir überhaupt hier weg fragezeichen ja hier können wir glaube ich ich bin schütze hier sind von natur aus ihr kam mir durch nice das heißt ihr da dahin und ihr hier kommt sie sind nicht es ist nicht weit weg das handwerk kann immer noch nichts bauen wenn das nur so eine kleine ins ist dann triggert wie man so schön sagt habe ich irgendwie eine karte erwischt die ich habe ja schon gemischt genommen oder gut dann gehen wir weiter auch gut und reif größern will nicht verfolgen kämpfen wollen will ich ja ein problem alex alex wir alle schnitzen stein stellen sollen auf oder schneiden buntes glas um etwas zu errichten das viel größer ist als wir selbst okay seht die wunder von himmel und erde das klare blau des wassers dient als spiegelglas für tausende türkise creme mit einem hauch von schwarz julia 3 ok wer doch immer das ist wir gehen dann mal weiter er ist sagt das aber hier gezeigt ja da man jetzt wäre vielleicht mal was jetzt nicht jetzt weiter oder wenn ich jetzt direkt auf die falschen wege käse angeht waren die dichter zu allen zeiten sehr speichsam mit käse schade schon ein bisschen schaden hier ist land land in sicht weiß an stadt statt das gerade ein bisschen suboptimal aber das kriegen wir schon hin wenn wir jetzt hier oben oder sowas hoffe doch dass das alles dann gut geht und so ne produktion wählen upsala deutsch, aber da waren es in schlussend und das werk hetz Das ist eine Akropolis, bauen wir eine Akropolis dahin, können wir dann, genau, direkt weiter, Atomwaffe-Projekte, Raumfahrt-Projekte, das ist jetzt aber viel gewesen, das geht's, kann man da hin, ja gut, ich möchte das ja eigentlich, ein Bonus vom Naturwunder haben, kann, Nahrung, Produktion, Kultur, Kampfstärke, Verteidigung, Der ist ja krass nahe, ne? Ist er wirklich? Was habe ich für eine Karte gekriegt? Schlimm. Hier, bild ein Reiter aus, ein Hafen. Das sind doch so Inseln, oder wie? Ja, da bin ich jetzt kackricht und gesegelt, ne? Kann, jawohl, nicht wahr, so. Ist es wieder bis dahin, das dauert dann auch wieder so lange, ne? Was machen wir hier? Haben wir irgendwas mit Wasser? So eine Fischpoche. Ja, komm, machen wir das. Liegt es nämlich gerade, ob ich hier doch eine Stadt hinbauen soll, nur damit ich eine zweite habe. Weil das ist jetzt gerade ein bisschen sehr kacke, ne? Was haben wir denn hier? Ich merkte, ich bin gerade, das ist schlimm, ne? Ihr versteht mich hoffentlich, ne? Mit dieser Karte gerade. Wahrscheinlich mich nicht der Zufall. Sondern das ist genau Archip, 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 Archipel, wie sagt man das? Ah, viele kleine Inseln und so gekriegt haben. Das wäre schon ein bisschen kacki, ne? Oh, Junge. Ups, 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 ups. Ja, ich mache hier noch eine Ziedling. Hi, Robert. Genau, Robert. Ich mag dich, Robert. Ah, da ist es da. Felipe. Empero, por encima de todo, somos fieles Devotos de la única y verdadera religión. Okay. Nice to meet you. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue, Freunde. Ich tun soll. Auf jeden Fall. Was zum Fick tue ich hier? Ich hoffe einfach, das ist, das ist einer krass weit weg, das ist das Problem, was ich damit habe, ne? Wehe hier wird jetzt krass neues Land ergeben, da. Da. Hi, Hedwig. Gut, Hedwig. Oh, ja, ja, ja. Hedwig. 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 Okay, danke, dass du mir das sagst. Nichts will ich als ein schlankes Schiff und den weisenden Stern in der Höhe. okay gut können wir dann mal einen hafen bauen oder so wenigstens ja noch kein rad bewegung ich kann den handwerker nicht also ich könnte schon bauerhof und so aber bonus ressourcen sie mir eigentlich mehr wert warum kann ich kein hafen das können wir bald einen hafen bauen da wird es ein bisschen größeres land ich habe das gefühl es hat sich fast gelohnt da hier zu siedeln erfinde nicht das rad neu richte es einfach neu jetzt fertig aber wir werden uns immer schön weiter schlängeln da haben wir doch schon ein bisschen mehr land so ist das viel besser damit zwar in den den stadtstaaten weg also das ist die stadt der welt sparta forschung mit 33 und hier gibt es ja ja mal mit der ausbildung und da sind hier meine land in sich land in sich ww ist kein gutes land hey hey die id hi orklant vor bevor ich hätte so viel näher den weg gehabt ne Und das tue ich. Yes, that is nice here. Okay, ist die Ersiedlung auf dem Kontinent Kongo-Kraton. Okay. Okay, I guess. Aber ich muss langsam mal einen Baum hier. Kann man was kaufen? Monument kaufen wir. Dann machen wir hier einen Händler kaufen. Und dann kommen wir können speichern. Puh. Das könnte jetzt aber ein Problem sein, dass die so weiter auseinander sind. Also wegen der Loyalität. Und so weiter. Ah ja. Wo geht's nicht hier lang? Wirklich? Wirklich? Wird immer besser, ne? Immer besser, ne? Immer, immer besser. Sop. Söldner. Astronomie. Metallguss. Cool. Oh man, hier ist Deutschland. Wäre schneller gewesen, ne? Ja, gut. Kann immer noch nichts. Oder statt transferieren. Gehen wir noch sparen. Gut, aber das wäre jetzt die letzte Runde. Und nächste Runde geht's weiter. Ja, nächste Runde ist im nächsten Part. So was. Genau. Ran auf dem Pferd. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ein bisschen happiger Start, ne? Ihr seht's gerade. Ist nicht gerade das einfachste Spiel. Ich hoffe, ich krieg das irgendwie hin. Äh, wir sehen uns im nächsten Mal. Macht's gut. Tschaui. Tschaui.